So, meine sehr verehrten ZuschauerInnen da draußen, herzlich willkommen bei Cloudplay und einem weiteren Teil von RoboCop Rogue City. Ha, es geht weiter und was soll ich sagen? Ich war einfach blind. Ich war blind. Gut, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder sage ich, ah ja, ich habe es jetzt nochmal auf Zeichnung probiert und habe dann den richtigen Weg gefunden. Denn ich kann auch einfach sagen, dass ich so frustriert war, dass ich das kurz bei YouTube eingegeben habe und danach gesucht habe. Und ich habe auch was gefunden und wenn ich mir so Kommentare anschaue von den Videos, bin ich nicht der Einzige, dem das so passiert ist. Denn, ja, werdet ihr gleich sehen. Wir räumen jetzt erstmal auf. Sehr schön. Wir haben sich selber weggepullert. Herrlich. Du, gab es gar nichts, Alter. So, ich glaube, dann haben wir alle. So, pass auf. Es gibt nämlich zwei Courtrooms. Und was ich komplett übersehen habe, ist, dass diese Tür hier offen ist. Das habe ich wohin nicht gesehen. Und es ist anscheinend so. Es ist anscheinend so, dass es halt eben, ne, zwei Courtrooms gibt. Und diese Karte immer in dem zweiten ist. Gucken wir mal, ob es liegt. Nein. So, jetzt können wir den entriegeln. Jetzt können wir nämlich in den anderen gehen. Und da finden wir gleich die Karte. Seht ihr? Und hier ist die denn jetzt. So, und es hat ja auch nichts mit dem Park oder so zu tun. Ähm, ich war einfach nur, ich war einfach nur blind. Blind. So, dann können wir hier auch aufmachen. Dann gehen wir jetzt uns einmal... ...Refra-Shaw. Ich glaube, wir bleiben im Burst-Mode. So, Kinder, wünsche mir Glück. So, jetzt geht's mir Glück. Okay, eine hat überlebt. Scheiße. Okay, eine haben wir geschafft. Eine haben wir geschafft. Das ist doch nicht schlecht. Haben wir das... Warte mal, Aufträge. Ähm... Alle Geisel-Empfinden und gescheiterte Aufträge. Ist es da mit drin? Das war die andere Geisel-Rettung, glaube ich die. So, wir wollen aber hier nochmal schnell Logi-Logi machen. Finde ich noch irgendwas ist? Ach, jetzt ist die Tür auch auf, ne? Okay. Na ja, gut. Also, eine Geisel zu retten ist auch schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht so schlecht. Haben mir Mühe gegeben. Und eine hat es ja auch gepackt, also von daher schon mal keine vollen Katastrophe. Vielleicht hätte ich mir doch auch Vollauto lassen sollen. Vielleicht wäre das besser gewesen. Na ja, gut. Es ist ja zu. Wir haben aber so möglichstes, bestmöglichstes versucht. Er lädt. Er lädt. Und lädt immer noch. Danke, danke, danke. Gerne wieder. Aber, warte mal. Gilt es jetzt als abgeschlossen oder gescheitert? Ich glaube, das geht als... Ne, doch, da ist es drin. Okay. Cool. Vielleicht war Geiseln retten aber nochmal extra. Wir werden es nachher sehen in der Evaluation. Jetzt wollen wir noch mit ihm hier talken. Das ist ja der OCP-Journey. Aber wir haben auch gesagt, machen wir auch neutral. So wie bei anderen auch. Meinst du, es ist so wichtig, ein Teamplayer zu sein? Naja, es ist ja nun mal so, dass Zusammenarbeit die Effizienz startet. Cooperation zwischen Polis-Officern hilft, es hilft, es erhöhten die Effizienz. Und nicht nur zwischen Polis-Officern. Ich bin froh, dass du das sohst. Wie bei mir, ich immer gewollte Team-Play. Das war so, wie die Dinge waren, wenn meine Eltern gearbeitet haben für die Stadt. Mein Vater hat mir gesagt, dass dieses Wohnzimmer ist ein tolles Platz für einen Abendessen. Jetzt ist es anders. Ja, es ist... Ja, ich bin der Robo-Schweizer. Und ich sage... Ich bin ein passiver Beobachter. Ich folge die Politik, aber ich nehme nicht auf die Seite. Also, du hast die anderen zu nutzen, dich zu sein. Du bist ein Paar. Du bist der Symbol der Stadt. Alles, was du tun, alles, was du sagen, hat einen politischen Impact. Nichts, ob du sprichst, oder öffentliche sprichst. Du solltest wählen, was du willst. Und das ist das, was du zu verraten. Die Incompensetzung und Un資 oder die Partnererung und Darbezü Linkedin. Nur ein dieser Weg führt a Detroit in ihrer vorherige Geschichte. Du sagst, dass du zum Team-Play Fold valest. Jetzt, wir uns für die Gooden in der Stadt eine Team ein paar Stehle. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Zusammen wird es leichter machen, das zu erreichen. Nein, du kannst mir vers��gen, aber wir sind bereits schlων, nach einer neuen Gespräche. Jetzt denke so, was wir haben. Wie, ich habe John Mills unterstützt? Wollte ich doch gar nicht. Am Hintern hängt der Hammer. So. Dann wollen wir mal weiter gucken hier. Wir haben das Moped doch schon gefunden. Ich dachte, wir hätten das schon gehabt. Und dann sind wir ins Gericht gegangen. Da hatten wir Action. Der Mittlungsbereich. Oh Gott, wo war das denn jetzt? Ich glaube, das war das hier. Das ist jetzt randomized. Ach so, stimmt. Wir haben uns gefunden. Jetzt müssen wir hier rein. So. Ja, wir gucken uns jetzt erst mal oben. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Ich kann mit Screams und Fights, aber diese Musik macht mich verrückt. Also ich finde so dieses, was ja am Anfang noch so viel war mit diesen Sachen suchen und Sachen finden und so. Das ist das Gefühl irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Ich meine, gut, das haben wir nochmal so einen Schulungsstick. Aber so Platinen und so finden wir eigentlich auch gar nicht mehr. Hatten wir nicht irgendwo noch kurz vor? Jetzt ist ja die Frage, was wir jetzt weiterleveln wollen. Ich glaube, Gesundheit macht Sinn. Oder, nee, warte mal, Technik. Oder, nee, warte mal, warte mal. Hä? Was wollen wir denn haben? Verdoppelt kritische Schaden. Scan läuft. Markiert die Standorte, Werte oder Gegenstände oder Daten auf deiner Karte. Da, Technik. Saves haben wir auch nicht mehr. Geht jetzt alles in Gesundheit. Finden ja keine Saves mehr. Das finde ich wirklich, es wird schade. Das sind halt einfach so diese Punkte, hast du sich dann auch einfach jetzt im späteren Spiel, wo du die Möglichkeit hast zu leveln, lohnt halt nicht. Bikerbitch. Bikerbitch. Das ist so dumm, so stupid. Oh, man! Oh, shit! In the company! You weren't invited! Let's crush this tin can! Oh, shit! Keiner! Das ist einfach so... Ich komme darüber noch nicht klar. Nur noch was liegen? Oh! Es nervt auch. Schön, diese Stille. So, noch mal mit Spike schnacken. Da kann nichts mitmachen. Was hat Wendel gemacht? Du hast es dir selbst gesehen. Er brauchte uns, um Gehirn aus den Gehirn zu entfernen. Die meisten meiner Menschen hatten sie keinen Körper für sie. Warum Gehirn? Wendel hat sich das geclips. Wendel hat seine Karte nahe zu seinem Bein. Wo ist er? Wenn? Jetzt? Oh! Oh! My bet it'd be in front of a screen whenever that fucking signal was supposed to be reached. He's always watching it. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Dann... Gut, der steht hier, ne? Ähm... Also Verbindung hängt eine Einstellung oben verwenden, um Parameter zu ändern. So, jetzt muss ich auf E. Okay. Dann... Operator, Windows Trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit. Die kommen doch gleich. Oder irgendein Scharfschütze gleich, wenn wir rauskommen oder so. Zimmern weg. Aber zumindest wissen wir schon, wo wir hin sollen. Shoppen! Jo, dann sind wir hier ja fertig, ne? Dann, glaube ich, können wir zu unserem Fahrzeug gehen. Geister der Vergangenheit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin auch ehrlich gesagt, was ich auch ein bisschen schade finde. Also, so wie das Spiel ja angefangen hat, was ich ja gerade sagte, so mit den Sales und mit den Platinen und so, mit den Sachen finden. Das hat halt auch so abgenommen. Und... Und da hoffe ich jetzt ja noch, dass was kommt in dem Bereich. Ähm... Also, das wäre auch wahrscheinlich so ein Punkt, den ich nicht mal ansatzweise in dem Spiel kritisieren würde, wenn sie das nicht... am Anfang irgendwie reingebracht hätten. Dann erwartest du natürlich halt auch, dass das... äh... so weitergeht. So, wir haben doch jetzt eine Karte, ne? Und eigentlich sagt er ja noch... Ähm... Ach, egal, ey. Vielleicht verstehe ich diesen Perk auch einfach nicht. Da geht's runter. Ja, man will jetzt zumindest gucken, ob hier irgendwo noch... was ist... Außer ne Snackmaschine. Auf was waren... Auf was werden wir, dass Becca gleich um die Erke kommt? Und wer ist der Bigwig? Das, was ich will finden. Mr. W., wir haben noch keinen Kontakt mit dem Spaßhaus. Ich bin auf dem Telefon. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ich verstehe. Aber bitte sag ihm, dass das nicht ein Gespräch ist, dass es nicht ein Gespräch ist, dass es nicht ein Gespräch ist. Ich verstehe. Ich verstehe. sie sind nicht gekommen, oder? Fuckin' Suits? Keep deine Angst zu dir, oder ich werde meine mit dir. Bravo? Wer ist da? Show dich! Du besser nicht. Wie du willst, Krieg. Du bist unter Arrest. Komm ruhig. Komm ruhig. das wird passieren? Take care of ihn, Ich werde dich auf dem Ruf. Was ist das, Metal Freak? Du vergessen, wo du dein Auto verlustst? Du besser gehen, Miss Ortiz. Es scheint, Es wird ein Problem sein. Trouble. Hahaha. Okay. Ich glaube, wir schalten doch mal wieder voll. Hodo. das Gunplay macht Spaß. Ich habe mich jetzt hingefahren. Okay, ich wahrscheinlich kommt jetzt wieder irgendwas in die Richtung. Kann ich mal? Ich glaube, egal wo längst wir laufen. Es kommt nicht. Ja. Ist das du? Komm zu uns. Ja, Dad. Wir warten für dich. Okay. Okay. Ich bin ja doch gespannt, was noch kommt. Dad? Du kommst? Du kommst? Aber meistens hat er ja auch diese Glitches, was wir ja gerade beim Treffen gesehen haben, wenn es um Wendel geht, ne? Also nicht, dass der dann so ein Device hat oder so. Dem wir noch nichts wissen. Dad, bist du hier? Ich sch kilometers. Du wirst mir von dir. Komm, 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 komm. Komm kommt, komm komm, komm, komm komm. komm komm komm, komm. W畏 du nicht, Vater! W畏 du nicht, gehst. W畏 du nicht. W畏 du nicht,�도... Das sind ein bisschen das Backroom-vibes. Oh, Kaufhaus und Schaufensterpuppen. Da krieg ich Flashbacks an ein bestimmtes Spiel von Sega und Monolith, was ich so gerne für diesen Kanal spielen würde. Aber es nicht darf, weil das Spiel in Deutschland nicht erlaubt ist. Es ist nicht indiziert, es ist wirklich beschlagnahmt. Dabei ist es so ein geiles Horrorspiel. Und Alter, das ist original! Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Komm und fange an unseren Offen. Ich hätte wahrscheinlich gerade schon schlüssig werden sollen. Als es halt hieß, die Mission heißt Geister der Vergangenheit. Das ist das ... Over here Murphy. Dad? Das ist du? Du ... Du bist anders. Du hast mich beeinflusst. Ich mag nicht wie beeinflusst du bist jetzt. Nein. Es ist nicht dein Vater, Kind. Es ist nicht sogar ein Polizistiker. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ist irgendwas zum Durchbrechen? Hier nicht. Jetzt haben wir die falsche Tür genommen. Es bleibt mein Vater. Ein Polizistiker, die in der Linie der Däute getötet wurde. Wir haben eine Art Metal-Monsters kreiert. Ich brauche ihn, um ihn zu gehen. Hast du einen Funeral-Suit, der in diesem fehlten Show befindet? Das Atmos hier schon gerade cool ist, ne? Okay. Er denkt, er ist wie du. Ein weltklasse Freund. Ein Vater. Ich bin so gespannt, was passiert. Ich bin so gespannt, was passiert. Ich bin so gespannt, was ich noch einmal gesagt habe. Das wird Louis nie gesagt. Das hat 100 Proben mit diesem Chip zu tun, den wir am Anfang vom Spiel eingepflanzt bekommen haben. 100 Pro. Und ich habe das Gefühl, dass das, äh... Das sind Glitches, die akzeptiere ich, okay? Die gehören zum Spiel. Oh, die Tür. Aber jetzt hat es sich kurz... Hä? Alter, guck mal, die Tür ist weg. Ach, das ist creepy. Aber gut gemacht. Chapeau. Oh nein. Das bildet er sich ein. Das sind Halluzinationen. Das ist die Kräfte, die in unsere Schuhe. Das ist die Kräfte, die in unsere Schuhe. Ein Kuckoo-Eck plantiert von OCP. Wir müssen unsere Station von dieser Schuhe. Wir müssen das Schuhe. Wir müssen das Schuhe. Wir müssen das Schuhe. Wir müssen das Schuhe. Du bist nicht einer von uns. Du fühlst das auch. Du... Okay, lass mich... Lass mich kurz überlegen. Ich tippe, ähm, dass er jetzt... Dass wir irgendwie nicht durch das Kaufhaus jetzt durch die Mall gelaufen sind oder so. Wir müssen wirklich halt nur in diesem Parkhaus liegen, weil die Typen uns angefahren haben. Du bist zurück. Es gibt Koffe in der Kette. Wir nennen wir Koffe. Du magst es? Weltklasse husband. Beste Recher. Dad? Kannst du die Kamera fixieren? Ich denke, dass etwas gebrochen ist. ... Ich denke, ich danke. Ich möchte den faischen. Du hast doch zugelangst. ...wennst du zugelangst? Jede Energie. Das finde ich nicht. Du wirst zu Hause. Du wirst noch so sexy in deinem Uniform. Warum kannst du das nachher so lange bleiben? im haus und gucken wenn wir schon mal hier sind hier kommt raus hier gibt es nicht viel zu sehen die frage auf diesen aufbau der wohnung nicht mein bein juckt und meinen schultern das wird ein stil mal zu dem point kommen wo wir wo alex murphy erledigt objektive viel funktion nach sehr schön das ist das ist das zu etwas, das zu schwerste in dir. Zu dem Teil, der immer noch Mensch ist. Hast du es überrascht? Warum nicht ich mir ein Offen? Warum stehe diesen Bedürfn? Was ist dein Sachsen? Verstehen sie an den mixen? Destruh sie! Destruh sie bevor sie dich destruhieren! Sind wir auf dem Dach jetzt oder? Du musst uns gehen. Ich will meine Badge zurück. Ich habe ihn, damit ich mich erinnere. Erinnere dich, was? Die lie? Lewis kennt uns. Sie würde nicht lieben. Gib es mir, es ist meine. Aber Lewis... Ich will es zurück. Das ist meine Badge. Dann werde ich es zurücknehmen. Du bist sehr stark für ihn zu nehmen. Nicht vergessen, dass du einen Partner hast, der sich auf dich beteiligt. Geh diesen Bedürfn. Nicht vergessen, wer du bist. Alex Murphy! Geh auf, Robo. Geh auf, für Gott. Das ist es, Robo. Geh weiter. Wo ist der Schraub? Die Schraub werden hier... Wendel Antonowski... Wendel Antonowski... Hast du noch genug genug? Du bist unter Verwalt. Du hast recht, dass du silent sein kannst. Relax. Ich bin nicht dein Schatz. Wenn ich das wäre, du schon hätte... Du hast recht, eine Beobachtung. Hey! Ich wollte dich helfen. Ich werde dich aus der Verwaltung des Lebensjahrzehörn, des deine Erinnerungen. Aber du willst sie nicht verlieren. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Alles, was du sagst, kann man gegen dich benutzt. Ich kann dir zurück, diese Erinnerungen. All of sie. Wir sollten uns helfen. Wir haben den gleichen Boss! Polizisten! Gott, verdammt. Du wieder? Die Leute müssen das sehen. Das Ding hat doch was damit zu tun. entweder der alte mann oder bäcker bei mir eine alte mann ja noch durch unser gespräch ja durch die Partie hervorkam als bäcker und die Staten von Menschen. Hier ist ein Statsatz von John Mills, ein Kandidat für den Offizie der Kommissar in der nächsten Kommissarie. Heute, Robocop hat mehr gemacht für diese Stadt, als die heutige Regierungschef hat in ihrer ganzen Zeit. Das ist das, was ich, dass es Zeit für etwas zurückgeben wird. Wenn wählt, werde ich anwesendet, dass Robocop den Staten von einem freien, lebenden Menschen zu leben. Das stimmt. Vot Mills, vot Robocop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omniconsumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Hmm. Yeah, das Ding ist, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Also jetzt nimmt die Story halt auch endlich mal wieder so richtig Fahrt auf. So, ich bin gespannt auf die... Achso, okay. Das ist... Unsere aktuelle Mission heißt, es ist noch nicht vorbei. So, lass mal gucken. Hey, wir haben alle Sekundäraufträge aufgeschlossen, äh, abgeschlossen. Geilu. Okay, das haben wir nicht. Alle gar sind im Gerichtsgebäude haben wir auch nicht gerettet. Okay. Aber das müsste eigentlich... Oder ist es auch wieder B? Nee, ist schon A. Oh, dann kriegst du auch drei. Das ist ja cool. Äh, 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 äh. Naja, es ist ja... Es wird ja immer über ihn geredet, ne? I am used to it. Of course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Also das Ding ist ja, mein Gedankengang ist, äh, ich meine, er ist ja wer er ist, so, und das weiß er halt auch. Und, ähm, deswegen bin ich einfach, ich bin nicht auf Zustimmung angewiesen. You do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Hmm. Nee. Ich bin ja immer der Meinung, dass es irgendwas anderes auf sich hat. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently. No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Ja, wie Albträume, weiß ich nicht. Aber Zerrbilder der Vergangenheit, glaube ich. Systemfehler. Es zeigt ja halt einfach nur, dass er noch ein bisschen menschlich ist. Er ist es ist, man. Ja, dann sind wir auch schon... kommen wir Richtung Ende. Pickles. Gesundheit. Eins, zwei, drei. Sicherungskassen stellen in die gesamte Gesundheit. Wieder erhöht die maximale Anzahl auf fünf. Sehr schön. Ja. Ach, komm, dann gehen wir. Ah, guck mal, es ist wirklich Pickles. Wollen wir nur wieder runterkommen hier. Ja, das würde jeder. Ja. 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 Wir haben sicher gemacht, Partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCB. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you were a dutiful officer. Alright. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, Partner. Come here then. Magna Woll sucht Mitarbeiter. Haben Sie Erfahrung in Polizei und Militärmedienz? Bewerben Sie sich noch heute. Wir bieten bessere Bedingungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Gemeinsam können wir die Bürger mit tödlicher Effizienz schützen. Did you hear? The old man had a heart attack. Seriously? I can't believe Hey, da hängt doch überall die Bäcker mit hinter. In my office. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Okay. Then talk about Mr. Reed. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces. But we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP has been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows Payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Yeah, he's got his best, but he's like OCP. He is an OCP employee first. Police officer second. I know what you mean. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she... Is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? This process takes time. Like most things that are worthwhile. Wow. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington. Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Oh, wrong room. Here, left. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm sure. I'm gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Aber es ist ja dieses typische, ich muss noch erst was erledigen. Ich glaube, wir sind zur Richtung Ende. den alten mann noch besuchen aber erstmal gehen wir los kommen wir hier rein ich möchte mit dem alten mann reden ich würde gucken wie es geht ich glaube hier müssen wir nicht links ja so ist es wenn man gesetzlich versichert das Ich muss nur hören, was passiert in der Presseite. In der Ungewöhnung, OCP macht alles in seiner Macht, um die Polizei zu halten. Komm schon, das ist es Zeit, um zu feiern. Luis fühlt sich besser, Wendel ist in der Kirche. Wir fangen uns an. Wenn du nicht, dass ein Streich ist, dann... Du wißt du was? Lass mich diese Grouchen aus hier raus, damit ihr beide kann sprechen. Okay, okay, ich gehe. Ich fühle mich besser, Luis. Ähm... Ja, zu ihr sind wir ehrlich. Ich weiß noch nicht. Du wißt du, seit Antonewski kam, sie sehen, dass sie mehr oft passieren. Und mit größer Intensität. Ich glaube nicht, dass ich dich in so einem Zustand gesehen habe. Ich weiß nur, wie es mich beeinflusst. Also, ich kann nicht vorstellen, wie es dich beeinflusst. Der Fakt, dass er der Bruder eines dieser Leute, die dich hat. Wir sollten nicht die Vergangenheit uns verletzen. Es ist besser gesagt, als es getan. Seine Präsenz erinnert mich an dem Tag, dass ich... dass ich dich verlassen habe. Ich denke oft, dass vielleicht, wenn wir diesen Tag nicht verletzten, dann würden Dinge anders verletzen. Ähm... Das hätte niemand voraussehen können. Das ist so... Das ist die Frage, ne? Das ist die Frage, ne? Ja. Ist es wahr, dass er mit jemandem aus der OCP arbeitet? Das ist das, was er erklärt hat. Verdammt, Becker. Wir sollten ihn bereits schocken. Das würde mir helfen. Ja, aber wir sind ein armer Objekt... Wir müssen ein Objekt tief bleiben. Nicht noch. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Aber der alte Mann kam in diesem Hospital, nach seinem Herzattack. Ja, guck mal. Guck. Du bist hier noch drin, ne? Ja. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Guck. Du bist hier noch drin, ne? Okay. Nichts... Nichts Verstecktes. So, auf zum VIP-Flügel. Der Robo-Dog. Haben wir eh schon alle Dienste jetzt hinter uns. 20 Minuten. Gut. Ich glaube nicht, dass ich eine Minute länger dauern kann. Ich glaube nicht, dass ich eine Minute länger dauern kann. Hey, woher du denkst, dass du gehst? Zu sprechen mit dem alten Mann. Du bist der einzige, der eigentlich kam, um ihm eine Besuche. Du weißt, dass er oft über dich spricht. Ja. Ja. Was für dich, dass du Menschen rechtes vermitteln? Er ist für dich. Also, es ist nicht so eine schlechte Idee. Du kannst in. Ja, dann lass mich durch. Bin ja gespannt, wie zu... Alter. Was für dich? Der Wozniak. Ich bin jemanden der voyge auf die Wendel. Ich will wissen, wer sie. Robocup? Oh Gott! Ich bin fast befriert mit meinem letzten Tag. Ich bin einfach nicht der An nhấtes Verstelung. Ich kann hier nicht behalten. Aber du kamst ja von der anderen Seite, Ich weiß nicht, wie war es, war es unbekannte? Unfortunately, I have not completed all I set out to do. All the sabbathurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Ah, before you go, could you be so kind and give me some pain killers? That's better. I can always count on you, can't I? Thank you, son. The helicopter is on its way, sir. Perfect. More good news. Leave now. We need to get him ready for the transfer. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP cocktails and come Monday morning, he'll be back in the sun. Yeah, also... Ich will ja immer noch wissen, was sie mir mit dem Gehirn vorhaben. Also, wirklich nochmal wieder RoboCop 9? Was ist er schon beim... Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing, too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us. How does she deserve better? Ja, das ist jetzt wirklich vor allen Dingen, wenn er selber, weißt du, das ist schon wieder so eine richtig dämliche Doppelmoral. A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP-Robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Cusack. Okay guys, we'll leave it. We should find him a cozy secluded. Ja. Preferably padded room. So, Kinder, ich sag's ja, ne? Also alle Anzeichen stehen auf Finale. Nach Jahren. Okay. So. Missed Trebekow's intentions become clear. Maybe he wants to thank you for catching Wendall. I only seek answers. Du bist gekommen, also du kannst du ein Wettbewerb folgen. Überraschend. Entschuldigung, oder es wird Probleme geben. Defiante, wie immer. Deine Kreatur haben den Job nicht installiert. Also, es kostet nicht für ihre Fehler. Es ist günstiger nur für dich. Also, Robocop. Oh, geil! Das sind diese Designs aus Robocop 2. So. Aber, Stunde ist uns schon wieder rum, liebe Freunde. Und so sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Freut euch auf den nächsten Teil. Denn er wird voraussichtlich der letzte sein. Also, es ist so das, was ich gerade im Gefühl habe. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Meint ihr, das ist jetzt der letzte Teil, der kommt? Ja? Daumen nach oben. Gebt ein Abo ab. Für den Kanal freuen wir uns auch immer. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bin Ben aka Captain Aldi und das ist Cloudplay. Gebt ein Abo ab. So.